Da war direkt ein Löwe-Rude. Damals war ich mir noch gar nicht bewusst, was das überhaupt bedeutet. Man denkt ja wirklich, es ist wie so ein Zoo. Aber ist es halt nicht. Es ist die pure Wildnis. Und das ist mir dann erst hinterher wirklich klar geworden. Und dann ging das halt gleich am Anfang mit diesem Auto so gehörig schief, sag ich mal, dass man dann ein bisschen das Vertrauen verloren hatte. Aber was willst du machen? Es ist halt die Wildnis Afrikas.